Sie sind nominiert heute. Wie aufgeregt ist man da wirklich? Eigentlich sehr, aber ich muss zugeben, ich sehe mich heute auf Platz 3. Also deswegen bin ich entspannter. Aber ich hoffe, dass unser Film gewinnt. Warum sehen Sie sich auf dem dritten Platz? Ich habe alle Filme gesehen und ja, also ich habe meine Favoriten, aber kann mich zwischen Ina Weiße und Claudia Michielsen noch nicht richtig entscheiden. Aber ich glaube, es wird einer von den beiden kriegen. Dann wünschen wir Ihnen auf jeden Fall einen gelungenen Abend. Ja, Dankeschön.